Wenn du schon im Uni bist, kannst du schon mal vorgehen, hast du gelesen und fragt nach der Stimmung, Maren. Party hart. Jetzt geht's los. Muss ich immer dran denken, wir machen das hier nicht zum Spaß, wir arbeiten nicht. To the family tree, can I take it out, come on, light up with me, can I take it out, to the family tree. Oh, es wird mein Leben zeitlos. Willst du noch mehr? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin nicht so, ich auch schon. Ich dachte, wir müssen da stehen bleiben. Boah, da kommen Autos aus. Alter, Alter, Alter. 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 Die Gitarre sind okay, aber Veganer verstehe ich gar nicht. Was isst man denn dann noch? Salz? Ja, kann man gar nicht mehr essen, gar nichts. So viel Plastikfolio mit deinem Essen, da kannst du ja gleich Fleisch essen. Ich esse ja kaum Fleisch, aber da holst du einen Menschen, den ich kenne, wo ich weiß, dass es dem Tieren gut geht. Und wenn du auf einer einsamen Insel wärst, würdest du dann auch kein Fleisch essen? Würdest du jetzt auch keine Kartoffeln mehr essen, weil Ratten sterben beim Ackerbau? Feldhamster, Alter. Feldhamster, Feldhamster. Du bist noch am Essen, lass Essen weg. Pflanzen haben auch Gefühle. Welche Blöken wird's auch das Fleisch verbieten? Ich hab mal einen gesehen, der war Veganer, der war immer ganz blass. Ja. Boah, dem geht's gar nicht gut. Auch eher so ein Trendgrad, oder? So eine Mudeerscheinung. Ja. Wie dieses Internet. Ja. Der Greg, das geht sich übernimmt das. Hat die Mucke dazu auch noch? Ja, der braucht keine Füße, der braucht keine Hände.